Willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Staffel 2, Season 6. Guten Tag. Guten Tag. Das haben die aber mega... Jetzt fangen die an, Fackeln zu platzieren. Wer grabt denn sich auf 10 durch die Gegend? Da ist die Border. Die müssen in der anderen Richtung sein. Okay. Komisch. Sehr, sehr komisch. Die hast du. Nice. Bau ab. Nee, lass liegen. Ich hab auch noch Dias. What? Acht Stück. Same. Okay. Reicht für Rüstung für uns beide. Ja, warte. Gib mir mal die Dias. So, wir können... Das machen wir jetzt direkt mal. Also eine Brustplatte machen wir auf jeden Fall, ne? Zack. Ja. Dann, wie wär's noch mit nem Helm und... Ach nee, Moment, wir brauchen zwei Dias auf jeden Fall noch. Dann können wir zwei Helme machen... Nee, zwei Helme ist doof. Oder wir warten noch. Wir können auch ne Hose und nen Helm machen. Nee, können wir nicht. Wir finden zwei Dias. Willst du noch warten? Okay, dann warten wir noch. Oder wir suchen halt noch, ne? Ja. Ja, sind wir schon Gold? Äh, jetzt ja. Nice, 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 nice. Äh, du hast die Brustplatte einfach weggeworfen. Kann's mir auch geben, ja? Wenn ich da nachher entchante, dann kann ich da ordentlich... Ich tue nochmal was Eisen schmelzen, wir haben ja gerade Zeit. Okay, hier nicht. Immer mal zwischendurch in die Gänge schauen, ne? Nicht, dass jetzt einer unseren Gang trifft. Das ist gar nicht unwahrscheinlich. Okay. Das ist gar nicht unwahrscheinlich. Besonders, wie kleiner halt die Border wird. Und alle werden vermutlich gerade noch am Stripmine sein. Alle auf der gleichen Höhe. Okay. Ich komme mal weiter zu dir wieder, ne? Ja. Uff. Zack, zack. Also habe ich kein Zeugs mehr. Okay. Achtung, ich laufe an dir vorbei. Lauf weiter... Uh. Ja, kein Wassereimer. Glaub ich mal zur nächsten Station hier. Okay. Du machst alle zwei Gänge, oder wie? Ja. Also zwei Plätze frei, ne? Dazwischen. Ja, eine dazwischen. Hm? Uff. Am besten lässt man drei dazwischen, ne? Ja. 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 Boah, das könnte super so ein Gruselspiel sein. Du drehst dich zur Seite und auf einmal kommt da so eine Horrorfigur. Ja. Du. Deine Frau. Oh, hier ist der andere Gang von uns. Wir können ja eine krasse Falle mal machen. Ich habe meinen Wissen durch den Gang zu gehen. Ich wäre es nicht so clever, weiter Licht zu machen. Weil du siehst eher, falls jemand sich bei dir reinbaut und Licht verwendet. Oh, Gold. Nice. Wir haben genug von Goldapfel. So. Ich lasse nichts zurück, keine Sorge. Boah, ich frage mich, wie oft Spieler schon irgendwie direkt an Diamanten vorbeigegraben haben. Hätten sie einen Block weiter gegraben. Ich hatte mal so ein Video gesehen, so die Wahrscheinlichkeiten in Minecraft. Es fängt halt simpel an, so Sachen mit dem Chicken, 4 in dem Chicken, 16 in dem Chicken. Dann gibt es da tatsächlich bei dem Minecraft-Screen das C und das E vertauscht sind. Das ist aber richtig, richtig selten. Und vermutlich, falls das kommen sollte, würdest du es nicht merken. Weil du halt niemals darauf achten würdest. Äh, hast du meinen Ofen gesehen? Äh, lol. Warum haben wir das hier zugebaut? Komische Leute waren hier. Sehr, sehr komische Leute. Uff. Oh nein. Oh nein. Die werden es, glaube ich, gewinnen. Oh, sie kämpfen auch weiter gegen das Fisch. Uff. Und er hat wieder eine Artenbrust. Die beiden mit ihrer Artenbrust ist schon stark. Uff. Haha. Nice. Nice. Nice Nachricht, Fabi. Pock. Pock. Uff. GG. Uh, das ist schade. Ich geh mal zurück und das Eisen holen, ne? Ja. Ich sag mal nix. Uff. Äh, wo hab ich das denn hingezahnt? Sind wir schon so weit? Ja, sind wir echt lull. Äh, jetzt behalte ich mal. Tü, 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 tü. Dann nehmen wir zum Beispiel aus Technikründen Bann. Ja, statt zu sagen, danke fürs Mitspielen. Das war's. Blö, kein Spectator. Wollen die Leute ghosten? Da ist ein Zombie. Bubana. Hallo? Uff. Äh, ja, nice. So, dann lass mal kurz ausrüsten. Äh, wir machen auf jeden Fall noch nur Hose, oder? Hose ist drin. Gib's mir da eine? Ja, nicht nur Chestplate. Äh, dass einer die andere Chestplate vom anderen nutzen kann, um zu enchanten. Ist besser. Jetzt kannst du meine Hose haben. So, dann machen wir noch einen Helm. Dann nehm ich den meinetwegen noch. Dann haben wir das quasi das gleiche, äh, andersrum. So, bitteschön. Okay. Ähm. So, langsam müssten wir mal hoch. Also, ich weiß nicht, wann die Nachricht kommt, aber... Sollen wir schon mal hoch? Weil ich will eigentlich auch nicht mit... Oh, wir sind 0-0, ne? Äh, bau dich hoch. GG. So. Okay, also, als allererstes müssen wir jetzt so schnell wie es geht... Du hast noch das Zuckerrohr, ne? Ja. Okay, wir müssen so schnell wie es geht, ähm, die, äh, Leder finden und Oxydaisy, okay? Gold. Echt? Nice. Ich baue uns was hoch. Oh, Spieler kämpfen. Ein Topformel, glaube ich. Jo, der hat einen Fall abgeblockt. Haben wir eigentlich Fäden? Oh, das wird... Das wird ein schwerer Kampf, Bubana. Das wird echt ein schwerer Kampf. Ich nehme nicht so viel Zeit. Nicht so viel Zeit. Hast du gerade abgebaut? Ja. Ja, ich höre was abbauen, drehe mich um und ich sehe dich die Bären in der Hand halten. Hör auf damit. Hinter dir? Guck mal, hinter dir. Also, guck mal, ich stehe jetzt halt hier die ganze Zeit. Nicht, dass einer irgendwie... Meint, der jetzt angestimmt kommen zu müssen. Gleich müsste die Nachricht kommen. Ja, da ist die Oberfläche. Uff. Uff! Okay, komm mit. Sind da welche? Hier sind überall Leute, glaube ich. Oh, ja, da ist einer. LOL! Komm her. Hast du gesehen? Nee. Da rechts, bei den Bäumen. Da oben auf der Plattform auch. Ja, okay, lass mal weg. Weg, 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 weg. Komm, 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 komm. Oh mein Gott. Hier, Oxy, Daisy! Puck! Okay, weg, 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 weg. Uff. Okay, als allererst, als nächstes, ähm, guck, ob du irgendwo Leder findest. Das ist das nächste Ziel. Das ist ein Dorf. Waren bestimmt schon welche. Nee, glaub ich nicht. Gab. Ist that a chicken? Äh... Da ist schon die Border. Uff. Okay, komm, 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 komm. Oh nein. Bubana! Wir brauchen Leder. Hier werden doch noch irgendwo irgendwelche Tiere sein, die Leder droppen. Komm schon. Oder haben die alles abgeschlügt? Vielleicht waren die so auf das... Äh, da ist ein Pferd. Vielleicht gibt's ja Bücher. Da ist ein Pferd. Da ist ein Pferd. Da ist ein Pferd. Das ist ein Raid. Das ist egal. Schaffen wir. Oh, oh, oh. Lauf, Bubana. Lauf. 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 Da ist ein ganz großes Pferd. Ich glaube, der auch Räder. Ich glaube, vielleicht ein Sattel, wenn er mit uns fertig ist. Aber weg, weg, komm. Gegen ihn dürfen wir nicht kämpfen. Das bestbehüteste Pferd ever. Lol. Oh mein Gott. Nice. Oh mein Gott. Guck mal, wie wir das am Raiden sind. Oh. Oh, no, no. Oh, hier muss doch irgendwo noch... Oh, wir brauchen diese... Kann ich ihn töten? Oh nein. Okay, kriegen wir das... Pass auf. Ich... Komm, wir versuchen irgendwie das Pferd hinzubekommen, okay? Wir laufen dann von diesem Ravager weg. Beziehungsweise einer lenkt den ab. Komm mit. Wir müssen nur dieses Pferd töten. Ich lauf da jetzt hin. Ich hab das Leder. Go. Lauf. Okay, komm, Bobane. Ähm... Wir bauen uns da vorne jetzt gleich in der Höhle ein. Okay, komm her, komm her, komm her. Oh, ich hab auch noch einen ab. Komm, mit. Oh mein Gott. Das ist so krank gerade. What the fuck? Okay, komm zurück. Joinks. Oh. Da kommt wieder... Ja, der will nicht, dass wir das klauen. Unser Zeugs aber. Wir haben keinen Bogen. Er kommt. Mit nem Trank oder so. Lauf! Der rettet seine Sachen. Oh fuck. Okay, wir laufen, wir laufen, wir laufen, wir laufen. Komm mit, komm mit, komm mit. Was, wo? Komm mit. Bing hat irgendwo weggelaufen einfach. Wo, in welche Richtung? Rechts am Berg lang. Okay, so gut. Da laufe ich gerade. Oh, er schießt auf mich. Oh nein. Es ist die Hand, Leute. Bist du das? Ja, das bist du. Oh. Wer war das? War das ein Topformel? Und jetzt unter die Erde. Schnell, 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 schnell. Baut. Okay, baut du zu, baut du zu, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Geh hoch, geh hoch und baut zu. Wir geh jetzt ein bisschen in den Untergrund. Bau hier mal alles frei. Bau alles frei. Ja, links von uns war die Border. Bau, weg in die Richtung. Weg von der Border. Äh, gib mir das Zuckerrohr. Hab ich. Danke. Abbon, hör, stopp, stopp, stopp. Boah. Boah. Hahaha. Baba. Welche Höhe sind wir? Okay, 60. Ach, alles gut. Okay, 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 okay. Warte, erst mal nochmal checken. Habe ich? Nein. Denk an das Schwert, ne? Dass du nach Verbrennung checkst. Du erinnerst dich? Ja. Haben wir genug Eisen von Ambos? Ja, ja, haben wir. Wir haben genug Eisen. Nice. Okay, 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 okay. Knockback Sharpness, okay. Knockback Sharpness, okay. Protection, gut. Nein, habe ich nicht. Fuck. Okay. Ich habe kein Flammenschwert. Gar nicht. Okay, ist erst mal egal. Das Wichtigste haben wir schon mal. Hast du Damage genommen? Das ist auch noch wichtig zu wissen. Ne. Sehr schön, Bobana. Finde ich gut. Uff. Uff. Okay, ähm. Ich mache noch ein Diaschwert und mache das stärker, ne? Hast du noch Holz? Ich habe kein Holz mehr. Ja, sehr viel. Nice. Du hast, hast du Fäden oder sowas? Ne. Ich mache mal ein stärkeres Diaschwert, wenn es okay ist. Nichts machen, nichts machen. Nichts machen. Ich weiß nicht, ob er weg ist. Ich weiß es nicht. Oh, ich habe seine Neterwarzen. Die habe ich noch weggenommen. Hast du es gehört? Nein. Boah, da könnte er bald kommen. Okay, komm, mach weiter. Mach weiter. Okay. Okay, 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 okay. Ähm. Ich mache mir auch mal eine bessere Axt. So. Kannst du noch irgendwas verbessern bei dir? Ne, ich habe auch keine Werte mehr. Wir bauen doch eine Abfahrt, stopp. Ja. Wir bauen uns weg, komm. Okay. Baue dich weiter. Baue dich weiter nach unten. Okay. Baue dich wieder nach oben. Wir müssen gucken, dass wir ja weiter über Höhe 32 bleiben. Wie lange noch? Okay. Wie lange war das jetzt? Zehn Minuten. Okay. Kannst du wieder nach oben bauen. Warte. Mein Trick. Zack. Und wenn ihr das jetzt aufmachen würdet, würde ich das sehen. Ich mache mir Hunger, damit ich mich heilen kann. Ich kann mich wieder voll heilen. Das ist gut. Und dann, genau, äh, genau, warte ich weiter nach oben. Komplett. Weil, äh, wir machen dann gleich unsere... Wie sieht's aus? Lass mich vorgehen. Als ob ich das nicht hören würde, Bro. Ist da einer? Ja. Da muss einer sein. Ja. Hier sind welche. Baue dich an der Seite weit. Warte. Ja, baut. Komm mit, komm mit, komm hoch. Komm, komm zu mir. Die bauen, äh, Dings ab. Holz. Ist du ready? Ja. Die sehen uns. Ah! Ich weiß, ich weiß, war das LP mit Julie? War das LP mit Julie? Okay, wo war... Den hätte ich vergessen. Uff, GG. Okay, boah dich nach oben. Boah dich nach oben. Nice. Jetzt chipbaten wir die. Jetzt gehen wir wieder andersrum? Ja. Warte, ich hab noch nichts ready auf der Hotbar. Ist da einer? Weiß nicht. Ich check, okay. Nö, ist ein Safe. Komm mit. Der müsste doch hier vorne irgendwo sein, oder? Ja, hier vorne, komm mit, komm mit, komm mit. Hier vorne irgendwo. Hier links. Rechts. Der ist um den Baum. Versteck dich. Versteck dich hinterm Baum, oder sowas. Geh mal ein bisschen in Deckung. Wenn er runterkommt, stellen wir drauf, okay? Ich sag Bescheid. Hat uns Safe gesehen. Glaub ich nicht. He doesn't know. Nichts abbauen, ne? Baut er sich im Baumhaus, oder was macht der da? Ich glaub, der will Äpfel. Ja, aber so kriegt man doch kein... Geh drüben. Geh über uns. Ist der. Geh, warte. Geh, da kommt. Ja, warte, warte. Hat er nicht gehört. Er hat uns gesehen. Er hat uns gesehen. Glaubst du? Ja, er hat mich gesehen. Komm weg. Warte. Ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Auf dem Baum wahrscheinlich noch. Immer noch? Ja. Was im großen Baum hier. Auf dem ganz großen, da? Ja. Er geht weiter. Wo? Weiter. Die richten da vorne. Ja, okay. Komm, 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 komm. Den holen wir uns. Der ist nicht enchanted, glaube ich. Leute, hier sind noch Spieler. Komm. Uff, hier ist jemand gestorben. Das ist noch ein Team. Ja, ja. Komm, komm, komm. Erf hier mit Julia holen wir uns. Mindestens einen, ja? Ja. MLG Water, so geht das. Du folgst mir? Ja. Okay. Okay, wie viel AP hat er noch? Oh, ein Herz. Nice. Okay, komm schon. Er hat einen Bogen. Das ist gut. Also, noch hat er einen Bogen. Gleich keinen mehr. Oh, er weiß es nicht. Auf Eis ist man schneller. Bro. 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 Oh. Das war dein Fehler. GG. Uff. Das andere Team ist, glaube ich, da geblieben. Er hat geangelt. Da ist die Errüstung auf jeden Fall. Ja, die nehmen wir uns. Das schmeiß ich weg. Äh, hat er denn nicht einen Bogen? Habe ich das richtig gesehen? Oder hat er eine Angel... Wollte der echt eine Angel verwenden? Nice. Also, ein Chessplate brauche ich nicht mehr. Das habe ich schon gut. Uff. Oh mein Gott, wir können uns Tränke machen. Richtig gute Tränke. Oh, da oben ist ein Spieler. Wer ist das? Er sieht aus wie Patrick. Das ist Bernie Duck. Hilf mir. Ich brauche jetzt deine Hilfe. Nicht, nicht, nicht so aggressiv, nicht so aggressiv. Wir umschließen den jetzt. Ich komme von hinten. Bleib einfach stehen, bleib stehen. Er weiß es nicht, auf Sand, auf dies geht das nicht. Halt den Scherft. Boah, der ist richtig groß.